In diesem Video geht es um die besten Bewegungsmelder. Der Qualitätssieger in unserem Bewegungsmelder-Test geht an den Steinel S142. Sie spielen mit dem Gedanken, einen Bewegungsmelder an Ihrem Gebäude anzubringen. Der infrarotgesteuerte Bewegungsmelder S142 bietet Ihnen alle Vorteile eines modernen Melders. Selbstverständlich wird auch für den Dauerbrenner immer die aktuellste Technik verwendet. Eckmontage mit separat erhältlichem Eckwandhalter möglich. Mit 140 Grad Erfassungswinkel und maximal 14 Metern Reichweite, inklusive Sensorabdeckblenden. Einstellungen ohne Werkzeug vornehmen Zeiteinstellung 8 Sekunden bis 35 Minuten und Dämmerungseinstellung 2 bis 2000 Lux frei wählbar. Ausreichend Platz für die Verkabelung, inklusive Adapter zur Aufputzmontage. Für Leuchtmittel mit insgesamt maximal 1000 Watt Schaltlast, Anschluss von bis zu 6 LED möglich. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Delicon Bewegungsmelder. Mit dem Delicon Infrarot Bewegungsmelder setzen Sie auf bewährte Technologie zur Überwachung im Innenbereich. Schützen Sie Bereiche in Ihrem Haus, sorgen für eine automatische Beleuchtung im Büro oder als ideale Lichterweiterung im Keller. Dank einem Arbeitsfeld von 360 Grad und einer Bewegungserkennung von bis zu 8 Meter sind die Einsatzmöglichkeiten nahezu unbeschränkt. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Bewegungsmelder-Test ist der EMOS G 1240. Wasserdichter Pier Aufputz Bewegungsmelder erkennt bewegliche Objekte auf 12 Meter weit und ermöglicht die Automatisierung Ihrer Beleuchtung oder des Alarms. Der Sensor reagiert auf die Körperwärme der sich im Detektionsfeld bewegenden Personen. Nach Störung des Detektionsfelds schaltet sich die angeschlossene Einrichtung über eingestellte Zeit ein. Erfassungsreichweite bis 12 Meter, Erfassungsbereich 180 Grad. Einstellung der Empfindlichkeit auf Umgebungshelligkeit von 3 bis 2000 Lux. Indoor oder Outdoor, einfachste Aufputzmontage in der empfohlenen Installationshöhe 1,8 bis 2,5 Meter sichert Ihnen das Licht gerade dort, wo Sie es brauchen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat.